ja hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal heute möchte ich mit euch mal durch die altstadt von lea spazieren und ein teil auch der fußgängerzone denn wir haben heute in der altstadt die veranstaltung american wheels dort werden amerikanische straßenfahrzeuge aus den 60ern 70er jahren so ungefähr sag ich mal auch die passende musik dazu wird gespielt da wird finden auftritte statt da wird so eine misswahl stattfinden und ja und dazu wollte ich euch gerne mitnehmen wir haben heute samstag den 27 august aktuell haben wir es bei uns in leer 20 grad bewölkt aber die sonne soll ja gleich noch durchkommen ich nehme euch mit ihr dürft gespannt sein und habt viel spaß dabei bis gleich so 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 Das ist ein englisches Schiff. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020